Diese Show ist so bunt wie ihre Ideen, so einzigartig wie ihre Erfinder, so neugierig wie ihre Jury. Ein unfassbares Produkt, was ihr da habt, das haut mich um. Diese Show ist Deutschlands Erfindershow. Das ist echt Erfindung pur. Ganz großes Kino. Was? Hast du das jetzt so da reingemacht? Keimen wir uns schon die Zahnbürste, Joke? Ist es schon so weit? Welches Produkt kann wirklich jeder brauchen? Ich glaube, du wärst Multimilliardär mit dem Ding. Welches Ding wird das Ding des Jahres? Ab Freitag, 9. Februar, 20.15 Uhr pro 7.